Erstes Lernvideo, Einleitung und Adel, Strophe ist das. Hallo kleine Maus, jetzt geht's los. Ich tue jetzt einmal die Griffe erklären. Wir starten da im Zug, das ist die Unterlage, in einer Oktave. Ziehen dann, dann haben wir den nächsten Griff. Dann den nächsten. Hopfen um mich. Den spielen wir nochmal an. Großer. Dann sind wir in der Grundstellung. Einstimmig. Verkehrter. Und in der Mittellage heben wir rauf. Das waren jetzt die Griffquellen. Jetzt spüren wir es einmal in Rhythmus durch. Aufpassen, sortieren. Eins und zwei und. Osterwechsel. Grundstellung. Und Abschluss. Habt ihr das gesehen? Boss habe ich gespielt. Jetzt kommt der erste Teil. Wir sind in der Unterlage. Das ist immer die Klarinettenstimme, die bleibt immer gleich. Drei, vier, haben wir einen Gabelgriff. Ziehen. uck cool. So cool. Ne dedicated. Habt ihr es gemerkt? Das ist immer die Klarinettenstimme und mit dem dritten und mit dem zweiten das war halt die Trompetenstimme das macht die Melodie dann. Ihr könnt es ja gut langsam schalten ein bisschen und wir wünschen gutes Gelingen. Vielen Dank.